so willkommen zurück und wir haben letzte folge kommodos hingerichtet in arena und jetzt sollen wir als general auf jeden fall haben wir eine goldene rüstung ich weiß gar nicht was das heißt ich glaube general rom wieder retten also wir kommen wieder zurück zur anfangs Geschichte da wollen wir noch nicht am Skorpio und sind hier nicht auf die Ziele die ich dir nenne mir nach Darius Schützen sind in Position und erwarten deine Befehle Schildträger da drüben Schützen Salva abfeuern Schützen 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 Weg Lob von Bereit? Stalbe abfeuern! Schildträger! Stalbe abfeuern! Stalbe jetzt abfeuern! Krieger am Marsch! Stalbe abfeuern! Kriegselefanten! Du musst das Feuer auf sie konzentrieren! Stalbe abfeuern! Die Flüchtlinge sind verloren, falls sie uns erreichen. Das Ziel ist derzeit außer Reichweite herrscht. Konzentrier dich auf die Schützen, Marius! Stalbe abfeuern! Krieger, Marius! Töte sie und hebe die Moral der Truppe! Künzen auf der linken Seite! Konzentrier dich auf die Schützen, Marius! Krieger am Marsch! Krieger! Drei Mars! Wir haben unsere Schützen verloren! Verdopple deine Anstrengung, Marius. Du musst für sie übernehmen. Ah, noch mehr Schützen! Schieß auf die Pechfässer, Marius! Zünde sie an! Visier ihre Krieger an! Krieg sie davon! Schieß weiter! Schieß weiter! Bogenschütze, zur Rechten! Die schützen, Marius, bevor sie zielen können! Da kommen Krieger! Sie werden durch unsere Linien brechen! Krieg sie von der Ticht! Krieg sie von der Ticht! Marius! Krieg sie von der Tichter! Krieg sie von der Tichter! Pfuh! Puh, 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 puh. Bei den Göttern. Diese dreckigen Bastarde werden immer mehr. Wir müssen sie aufhalten. Feuer frei! Nein! Ich führe den Gegenangriff. Ich brauche jeden... Nein, ich führe den Angriff. Du schaffst es niemals zurück. Ich kann nicht den ganzen Rom dir überlassen, oder? Ich brauche den Angriff. Oh Oh Oha Jetzt ist sie in Rom angekommen Oh Schwein gehabt Oh Beschütze ihn doch Wo soll ich jetzt hin? Die vierte Reservekohorte steht bereit Aber unsere Reihen wurden durchbrochen Plünderer durchstreifen die ganze Stadt Verstanden Oh Schriftrolle Das muss so viel Zeit muss noch sein Oh Ich häng fest Ich häng fest Oh Weiter geht's Oh 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 Schwenk gehabt. Schriftroläe. Vierte Kohorte. Ja, Herr. Achso, okay. Alles klar. Wir müssen einen Weg freiräumen. Die Italien ist auf der anderen Seite. Du da! An die Arbeit! Ja, Herr. Plünderer! Legionäre! Nehmt zur linken Verteidigungsstellung ein! Schützen! Hinter mich! Gebt Rückendeckung! Aufräumarbeiten hat begonnen! Schnappen wir ihn! Daneben! Der Teile abschauen! Kützen! Deck mich! Oh mein Gott! Der Teile. Hörst du in Gnade! Deckt mich! Der Teile! Ich stehe. Daneben! Du hast doch in Gnade! Kützen! Deck mich! Die Hände der Schutz wurde beseitigt. Schutz! Deckt mich! Die Hände der Schutz wurde beseitigt. Bald haben wir den Kommandanten erreicht. Kommt hier rüber! Verstärkung! Wir brauchen Verstärkung! Oh, yeah! Zack! Super! Gute Arbeit! Jeder sichert die Gegend! Ich werde zu unserem Kommandanten eilen! Rom wird nicht fallen! Bewegung! Scheiße! 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 Ja, ja, ja. Los geht's! Komm her! Komm her! Ja Ja Oh Baby Ha Ja Ja Aah Aaah Aah 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 Oh nein, unser guter Freund. Oh nein. Für den gibt es kein schönes Ende. Marius, Sohn Romus, erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Zieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Boudicca. Entschuldigung. Wo kommen wir jetzt dahin? Da waren wir doch gar nicht. General, wir können Sie nicht mehr lange aufhalten. Boudicca. Herr. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch. Die Gunst der Götter ist versiegt. Wir müssen... Zurückwallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen? Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Oh, guck mal, er hat unseren Posten. Heute kämpfen wir. Das ist mir doch generell. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Mach ich wieder so eine Single mit so mir kacki. Oh Mann, ey. Und wenn ich selbst dafür sorge. Doch, wie ist... Warte geht's ihm wieder in der nächsten Folge. Okay. Tschüss. Tschüss.